Wir suchen uns eine Expertin. Seit 15 Jahren ist Coco professionelle Bauchtänzerin. Dafür braucht es vor allem eins, ein perfektes Körpergefühl und stahlharte Bauchmuskeln. Und die Expertin, die mir heute die erste Aufgabe stellt, ist Coco. Ich glaube, du kannst das schon. Das sieht schon ganz gut aus. Ich zeig dir ein paar Sachen. Du machst mir einfach nach. Du gehst mit dem Oberkörper vorne hoch, hinten wieder zurück. Vorne hoch, hinten zurück. Gehne. Und dann nimmst du die Hüfte und ziehst sie rein. Und die Arme kommen nach oben und du willst eine Silhouette haben, die erotisch aus. In der Haarglückler noch dabei wäre. Okay. Und jetzt machst du kleine Drops. Was? Du dumm. Drops? Du dumm. Guten Morgen. Coco. Oh, Tapchuk. Hab ich nicht hinbekommen. Wir können uns duzen, weißt du. Ich bin Coco und du bist? Robert. Super. Man soll ja immer offen für Neues sein. Warum nicht auch für Bauchtanz? Der Profi macht es vor. Der Laie nach. So gut er kann. Der Hüftschung sitzt. Es folgt die zweite Lektion. Bauch und Beine kommen zum Einsatz. Robert. Komm her. Schau mal, wie schön das aussieht. Das macht voll Spaß. Für die Lehrerin ist es ein sinnlicher Tanz. Für den Makler ein Seelenstriptease. Ein bisschen breitbeiniger stehen, Robert. Und dich ein bisschen mehr sexy fühlen. Diese ganzen Bewegungen sind so wichtig für beide Geschlechter. Weil es kurbelt dein ganzes Sexleben an, weißt du. Es ist kostenlos. Ach. Man kommt einfach, klickt drauf und macht mit. Das ist kostenlos? Ja. Ich möchte, dass alle Frauen auf der Welt das lernen. Ich bedanke mich an Coco. Dankeschön, Dankeschön. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020